Hallo und willkommen zurück zur fünften Folge von Let's Play Alien Isolation. Ja, wir hocken immer noch in diesem kleinen Schließfach, um den Alien aus dem Weg zu gehen. Welches uns ganz sehr verfolgt. Wir müssen nämlich Dr. Marley finden, der die Schlüsselkarte hat. Und wir sollen jetzt die Räume untersuchen, wo die war. Sprich, irgendeinen Raum muss die Schlüsselkarte haben. Kommt näher. Oh, bitte nicht. Wir haben schon mal einen Raum reingeschafft. Das Spiel macht einen Kirre. Aber sowas von. Aber sowas von. Ich glaube, ich werde auch nur zwei Folgen miteinander aufnehmen, weil ich gleich sterbe. Ja, dann ist es leider so. Soll ich einfach nur in seinen Lüftduchschacht verkriechen? Ich wollte gerade rausgehen. Okay. Ich schleife die immer noch rum. Das kann natürlich auch antäuschen, dass es irgendwas macht, ne? Das ist ja das Lustige. Oder ist es im Lüftduchschacht? Kann natürlich auch sein. Komm. Leise und sicher. Leise und sicher. Haben wir sie? Ne. Oh, lol. Okay. Also, dann kann ich das hier nicht mehr mitmachen. Was habe ich mir nur angetan, ey. Steht direkt vor der Tür. Moin. Nein, hier ist keiner. Oh Gott, Alter. Das ist schlimm. Steht immer noch vor der Tür. Nein. Nein. Scheiße. 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 Es geht in Gang weiter. Genau da, wo ich hin muss. Sehr toll. Dankeschön. Ey, was ist denn das? Okay, es geht weiter. Es geht weiter. Wenn es mindestens 90 ist, dann gehe ich weiter zum nächsten Raum. Also, wenn es den Weg zurückkommt, dann bin ich gearscht. Aber der Katerkleid ist aufmachen. Die muss hier drin sein. Komm. Schrott. Das kann doch nicht sein. Oh, ich nehme das an. Das kann doch nicht sein. Immer noch einen Raum, den wir durchsuchen können. Hä? What the fuck? Bin ich jetzt irgendwie... ...gutbehindert? Das muss ja hier drin sein, dann. Beim Rest habe ich ja nichts gefunden. Hä? Es kommt meine Richtung. Es kommt meine Richtung. Oh fuck, Alter. Ey. Man kann aber auch nicht weiter. Oh, es gibt ein paar mehr. Da war ich, da war ich. Den ganzen Rest, da gibt es ja noch... Oh fuck, bei A24 war doch was, ne? Da ist die Tür. Ne, da... Hä? Da, da bin ich hergekommen. Das heißt, ich bin... Es gibt doch einen ganzen anderen Flur. Schnellt der in die Lüftungsschächte? Also hier weiß ich, ist nichts. Das heißt... ...weiß ich gleich wieder von vorne anfangen muss. Weiß ich, dass ich nach rechts muss. Und nicht nach links. Alter, es ist schlimm hier. Warum spiele ich das überhaupt? Mal gut schauen. Okay, also weiter runter. Sag ja, Bewegungsscheide mit unserer bester Freund. Oh Gott, ey. Bro. Lauf an uns vorbei. Mal klettern in den Lüftungsschacht zurück, wo du hergekommen bist. Vielleicht steht es einfach nur. Oh, hier ist es noch. Oh, hier ist es noch. Ich soll sie mich nicht zu früh... Ich soll sie mich nicht zu früh... Freuen. Freuen. Wenn jemand 6.0-6er zeigt, ist es weg. Wenn man 96er zeigt, ist es weg. Okay, in einer dieser beiden Räume ist es. Oh, ich glaube, ich weiß wo. Okay, ich hab's. Also ich hab die Schlüsselkarte, das heißt, ich muss jetzt, ja, ist klar. Ich muss jetzt da wieder zurück, wo das A auch gerne mal durchspaziert. Und dann, ach fuck. Ah, wir haben's fast. Wenn auch nur fast. Das Wettelstehen. Das war halt auf uns. Okay, das könnte unsere Chance sein, gleich, wenn's wieder stillsteht. Ich probier's, wenn's jetzt hier genau da lang kommt. Dann haben wir ein Problem. Der stürzt jetzt immerhin und her, hab ich das Gefühl. Weil da eine Tür ist, und der kommt doch nicht durch. Immer dasselbe Muster, 62, und dann geht's wieder runter. Weil der einfach nicht wegkommt. Unsere Chance, unsere Chance, unsere Chance, unsere Chance. Und das ist jetzt da lang, dann nach links. Das ist unsere Chance. Alles gut schauen. Okay, jetzt da lang. Dann nach rechts. Oh, mein Herz, Alter. Mein Herz, das klopft so wild. Okay, Augenblick, jetzt gerade, einfach nur geradeaus, okay. Einfach nur geradeaus. Stopp. Stopp. Und jetzt... Da lang. Da lang, dann nach rechts, dann haben wir's. Bitte, bitte lass mich jetzt überleben. Oh, nein. Nein. Nein, bitte nicht. Wir haben's doch fast. Stopp. Okay, warte. Da lang, dann nach links. Wir müssen dort nur um die Ecke. Ja, warte, was? Wer kam mir doch her? Oh, fuck. Da gerade... Oh, nein. Jetzt nach rechts. Das ist der absolute Horror. Glaub mir. Und da ist ein Speichelpunkt. Wir haben's. Oh, meine Güte. Morgen, Bruder. Wir speichern ganz kurz, ja? Boah. Alter. Da kriegt man einen halben Infarkt hier. Verdammt, Coleman. Sie wussten, dass dieses Ding hier ist. Das ist unfair. Ich war mir nicht sicher, ob es dort ist. Und jetzt den Zugwerkscode. 1702. Zufrieden? Jetzt lassen Sie uns zur Arzneiausgabe gehen. Natürlich, natürlich. Versprochen ist versprochen. Bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich gehe in den anderen Raum und gebe den Code ein, um den Lift zu aktivieren. Dann können wir die Schlüsselkarte nutzen, um nach unten zu fahren. So, ich sammle meine Sachen und dann können wir los. Ja. Und tschüss. Ja, gut, ne? Ja, wo ist der Aufzug? Ach, da. Welcher von denen? Der hier, ne? Der hier. Ach, Mann. Verdammt, Alter. Oh, Gott. Im Himmel. er kommt einfach von dahinter dieser unfaire mensch oder monster er war es ja nicht zu fassen später was denn nach dieser folge bin ich glatt ne nach der folge mache ich gar nichts mehr so ich sammle meine sachen und dann können wir los ja gut der hat macht und jetzt stirbt ne wir kennen sie jetzt wir haben es leute der hams ich konnte das wird ich kann das nicht beschreiben das mit mein herz unser freund ist auch hier war toll ist auch nicht die frage ist wo über uns okay haben wir irgendwo lüftungsschacht in der nähe das wird immer ganz kurz vor uns auf was sind das jetzt im medkit finden cold chamber okay hier kommen wir nicht durch verstecken uns mal ganz kurz hier um ein bisschen zu basteln medkit haben wir doch welche geräuschmacher also wir haben ein bisschen was da war dass wir hier ein bisschen mehr sachen im inventar haben dann haben wir revolver haben wir zwei schuss okay gut also soll jetzt ein medkit finden die frage ist natürlich nur wo oh elektroschocker oder ist das gegen das elia und was tut denn hier interessant terminal zugreifen Oh, 6 nicht gefunden. Wir sind jetzt zufälligerweise... Kann doch nicht hier rein, oder? Hoffen wir es mal. Kann das irgendwie aktivieren? No. Hä? Warte mal. Ich hoffe, es haupt ihr nicht an. Oh, wir haben was in Verstecknissen. Heiß! Alter! Ey! Geht das Versteckspiel wieder los. Wir sind rum nebenan. Ich dachte, es wird einfacher. Jetzt sind wir wärm gespeichert. Also alles gut. Gut. Da 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 Ja Okay alles gut, aber wir haben das Ding Oh Hu 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 Wir verstecken uns mal hierin während das das dann macht ne?! Es ist direkt über uns, aber es kommt nicht runter. Ich glaube, jetzt hat es den Ausgang gefunden. Es wartet vor der Tür. Ja, ich sehe, ich sage doch, es wartet da. Komm jetzt nicht zurück, komm jetzt nicht zurück, komm jetzt nicht zurück. Servus, wir speichern jetzt kurz. Ja, ja. Ich kann mal kurz in die letzte Kühlkammer tun, das medkühlt. Wo haben wir denn hier eins? Das ist die Frage. Neuverkabelung, okay, mal gucken. Kann man ja irgendwas Gutes machen. Luftreinigung, Schachtzugang. Das ist mal kurz alles so, wie es ist hier. Bis jetzt kann man ja noch nicht rein. Warum sollen wir denn hier rein? Wir haben hier keinen Mid-Kit. Hier ist keins. Hä, what the fuck? Weiß ich was, wie man kann, ist die Neuverkabelung. Mit Schachtzucker. Oh. Bis wir hier wohl leider aufmachen. Das wird, glaube ich, jetzt echt schlimm. Weil es Ellie hier rumkriecht. Oh, ja. Oh. Okay, warte, wo muss ich lang? Ich muss jetzt... Da lang? Ne. Da lang, ne? Wait, wo ist? Ne, schon hier lang, ne? Ja, ja. Gut. Sagen wir hier kein Schacht, das ist alles gut. Oh, ja. Hat das Mid-Kit gefunden. Alter, das ist gefährlich hier. Fuck, alter. Ey. Oh, moin. So kalt, was hier ein Düftungssachs ist. Da läuft es. Oh, alter. Geht es doch zurück, wo du hergekommen bist. Das muss ich einen anderen Weg drumherum finden, ne? Sprich, hier rum. Der ist jetzt direkt da drin. Ja, gut, ne? Aber wir haben es... Naja, egal. Ich würde sagen, ich mache hier erstmal Pause. Na gut, der muss ich vielleicht bei einem nach dem nächsten Speicherpunkt nochmal hier rumlaufen, aber ist ja nicht so schlimm. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt für die fünfte Folge. Macht's gut. Und ciao. Euer Red Gamer.